Jo Leute, ich bin der Stix und heute mal wieder ein CSGO Points Video und zwar nach einer Woche. Ich habe hier meinen Kontostand erhöht und kann nun sagen, dass Trail Pay auf jeden Fall auch funktioniert. Allerdings musste ich da ein bisschen den Support anschreiben, um da meine Punkte zu bekommen. Personally und Ask and Media habe ich am meisten genutzt, denke ich mal, und Trail Pay habe ich ein-, zweimal benutzt. Und ich bin jetzt auf 639 Punkte gekommen. Diese Kommas sind ja eh nicht so viel. Und da können wir ja einfach mal gucken, was wir dafür bekommen. Und zwar jetzt hier Low to High, so. Gehen wir mal einfach hier auf irgendeine Seite. Ja, das ist wahrscheinlich zu hoch, genau. So, wir kriegen jetzt für 600 Punkte eine Galil AR Chatterbox. Na gut, die ist sowieso scheiße. Aber wir kriegen schon eine Dragon King in Minimal und wir kriegen eine SG Cyrax als Factory New Condition. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Oder ein Tiger Moth als Minimal wäre. Alles coole Skins. Oder hier eine Roll Cage. Oder ist die nicht sogar relativ neu? Ist da immer zwei Gäste oder so? Eine Aristokrat. Naja, Battle Scouts Skins würde ich sowieso nie empfehlen. Aber man kommt hier auf jeden Fall schon ein bisschen weiter mit 639 Punkten. Wie gesagt, alles nach einer Woche. Ich muss sagen, es war nicht hintereinander weg immer so, dass ich jeden Tag irgendwie 100 Punkte gemacht hatte oder so. Sondern einfach, dass ich, glaube ich, an einem Tag richtig viel gemacht habe. An einem Tag habe ich sogar nur 40, also 0,4 gemacht. Und ja, es war nicht jeden Tag ertragreich. Ich sage nur noch, dass Trial Pay auf jeden Fall funktioniert. Adgate Rewards mache ich fast nie und Peanut Labs. Naja, findet man auch nicht immer was. Wir können mal kurz ins Leaderboard gucken. Denn da bin ich jetzt auch vertreten. Genau, hier auf dem 64. Platz sogar. Mit 639,8 Punkten. Wie gesagt, ein Punkt ist 1 Cent. Das heißt, ich hätte jetzt 6,40 Euro so ungefähr. Und wir gucken mal bei meinem Account. Und was mit der Fallout Warning ist, die kann ich jetzt nämlich redeemen. So, dann warten wir kurz. Ah ja, perfekt. So, den kann ich jetzt adden, wenn ich mich angemeldet habe. Oh, nur Momento. So, angemeldet können wir den jetzt als Freund hinzufügen. So, dann habe ich jetzt eine Nachricht bekommen. Ja, bla, bla. Ich kann ihm jetzt eine Handelsanfrage schicken. Er nimmt sie sofort an und wird meinen Skin jetzt hier in dieses Kack-Ding platzieren. In dieses Straight-Off-A-Teil. Hier ist es schon. Die Fallout Warning in Minimalware. Bereits im Handel. Zack. Jetzt sagt er, er wird es gleich konfirmen. Und der Handel ist abgeschlossen. So, dann können wir auch mal im Steam-Client gucken, ob ich den jetzt erhalten habe. Und tatsächlich, hier ist die Fallout Warning auch vorhanden in meinem Steam-Dings. Und wir sehen hier, es ist auf 18 Cent gedroppt. Letztes Mal, als wir den nachgeguckt haben, war es irgendwie 21 Cent. Und da möchte ich jetzt mal auf der Seite gucken, ob das auch gedroppt ist. Und tatsächlich ist es Minimalware. Und trotzdem noch 21. Aber ich glaube, ich habe sie für 24 gekauft. Kann das sein? Ja. Also, der Preis droppt auch hier. Es ist immer ein bisschen veränderbar. Und, ähm... Ah, da haben wir den zur schlechten Zeit gekauft. Denn hier ist er ungefähr auf 20 die ganze Zeit. Na, das war natürlich doof. Aber egal. Ich habe den Skin. Hier steht Send. Ich habe ihn erhalten. Und damit ist er auch natürlich Proven. So, jetzt möchte ich mich natürlich nochmal bei dem LeoKillerYT bedanken. Der sich über meinen RefLink angemeldet hat. Und auch schon 10 Punkte geirrt hat. Ähm, wenn man ja hier sich über meinen Link anmeldet und 10 Punkte eirnt, kriege ich ja auch 10 Punkte. Vielen Dank nochmal dafür. Es haben sich, glaube ich, noch zwei weitere angemeldet. Allerdings haben die noch nicht die 10 Punkte geirnt. Ja, und dann war es das auch schon wieder mit diesem, äh, kleinen Update-Video zu diesem, naja, Weg an Gratis-Skins zu kommen. Ich weiß nicht, ob ich das wöchentlich machen soll, weil ich jetzt, naja, weiß ich nicht, ob ich da so aktiv weitermachen kann, wenn keine Ferien sind. Ähm, beziehungsweise wenn Ferien sind und ich nicht da bin. Aber, wir sagen mal so, es kommen auf jeden Fall, es wird wahrscheinlich demnächst mal wieder ein Update geben. Vielleicht nicht in einer Woche oder so, ähm, heute ist übrigens Mittwoch und das Video kommt dann Donnerstag. Äh, ich nehme es natürlich nach einer Woche auf und das heißt, es kann nicht nach einer Woche kommen. Also, das nächste Update-Video wird kommen, wenn es mal wieder was Neues gibt oder was weiß ich was. Wenn ich einfach mal denke, dass es wieder Zeit ist für so ein Video. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Tschüss.